Aktuell gibt es Spekulationen über das eventuell nächste Erweiterungspack-Thema, die offiziell von Maxis gestreut wurden. Vor ein paar Wochen gab es das große Redesign, bei der auch ein neues Render mit neuen Sims ins Spiel gebracht wurde. Diese hat Maxis in der Galerie hochgeladen und haben sich für jeden einzelnen Sim eine kleine Geschichte ausgedacht. Manche von diesen beinhalten Features, die es bereits im Spiel gibt, beispielsweise möchte eine Künstlerin werden. Eine Story davon sticht allerdings besonders ins Auge, die von Morgan Park. Hier lässt sich in der Beschreibung lesen, dass sie immer das Abenteuer ihrer Freunde annimmt und immer eine Topathletin an der Universität war. Auch wird weiter unten erwähnt, dass sie für einen Wettkampf trainiert, bei dem sie viel Zeit im Pool und auf dem Fahrrad verbringt. Vielleicht kann man jetzt sagen, dass sich die Entwickler beim Schreiben einfach nur kreativ ausgetobt haben. Wenn man sich aber die Beschreibung von Della Ostrow ansieht, fällt auf, dass diese eine Modelfotografin ist. Dieses Feature gibt es aktuell nicht im Spiel, wird aber mit dem kommenden Moschino-Accessoire-Pack hinzugefügt werden. Hier haben sich die Entwickler also Gedanken über die Möglichkeiten im Spiel gemacht, wovon man aktuell vielleicht darauf schließen kann, dass die Entwickler derzeit auch an Universität oder Fahrrädern arbeiten. Natürlich ist alles nur reine Spekulation, die Entwickler haben aber auch schon in der Vergangenheit Hinweise auf neue Inhalte im Spiel gestreut. Was meint ihr, könnte an der Universitätentheorie etwas dran sein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.